Zum Thema Ungleichung ersten Grades. Starten wir mit einer Einleitungsaufgabe. Um dir einen 2500 Euro teuren Urlaub auf Hawaii leisten zu können, arbeitest du zu 8 Euro pro Stunde. Wie viele Stunden musst du mindestens arbeiten, wenn du schon 750 Euro zur Verfügung hast? Bei solch einer Aufgabe würde ich zuerst mal schauen gehen, wo Hawaii denn überhaupt liegt und was da so los ist. Diese Aufgabe führt zu einer Ungleichung ersten Grades in einer Unbekannten. Denn wenn wir x die Anzahl Arbeitsstunden nennen, dann ist das verdiente Geld durch diese Arbeit 8 Euro mal Anzahl Stunden. Hinzu kommt dann noch das Geld, das du schon gespart hast. Das ist dann der Betrag, der dir zur Verfügung stehen wird, um nach Hawaii zu fliegen. Und dieser Betrag sollte größer oder gleich 2500 sein. Wenn der Betrag streng größer ist, dann hast du auch noch ein bisschen Taschengeld. Eine Ungleichung ist ersten Grades mit einer Unbekannten, wenn die einzige Unbekannte nur in ihrer ersten Potenz auftritt. Wir werden jetzt schauen, wie man solch eine Ungleichung löst. Dazu aber zuerst eine Bemerkung. Wir starten von dieser Ungleichheit, die ja stimmt. 2 ist effektiv streng kleiner als 3. Und jetzt werden wir beide Seiten mit 4 multiplizieren. Dann erhalten wir 2 mal 4 streng kleiner als 3 mal 4. Das heißt 8 streng kleiner als 12. Ist okay. Starten wir nochmal von dieser Ungleichheit. Und jetzt werden wir beide Seiten mit minus 4 multiplizieren. Und erhalten dann hier minus 8 und hier minus 12. Aber minus 8 ist größer als minus 12. Was also heißt, wenn wir beide Seiten einer Ungleichheit mit einer streng negativen Zahl multiplizieren, so ist dieses Symbol der Ungleichheit umzudrehen. Der Grund dafür liegt darin, dass die negativen Zahlen auf dem Zahlenstrahl im Spiegelbild gegenüber der Zahl 0 von den positiven liegen. 8 ist streng kleiner als 12. Aber minus 8 ist streng größer als minus 12. Vorsicht also bei den Ungleichungen. Multipliziert man beide Seiten einer Ungleichung mit einer selben streng negativen Zahl oder dividiert man beide Seiten einer Ungleichung durch eine selbe streng negative Zahl, so ist das Symbol der Ungleichung umzukehren. Schauen wir jetzt in zwei konkreten Beispielen. Wir werden zuerst diese Ungleichung lösen. Plus 1 wird rechts rüber gesetzt und wird dazu minus 1. Diese Ungleichung wird also zuerst einmal minus 4x streng größer als minus 5 minus 1, das heißt minus 6. Und jetzt möchten wir noch durch diese Zahl minus 4, die hier links multipliziert, rechts teilen. Vorsicht! Wenn eine Zahl multipliziert und rechts rüber gesetzt wird, um da zu teilen, ist nicht die Rede von Vorzeichen ändern. Aber wenn wir hier durch minus 4 teilen, dann muss dieses Symbol der Ungleichheit umgedreht werden. Somit ist also x streng kleiner als 3 halbe. Um die Lösungsmenge dieser Ungleichung zu schreiben, kann eine solche Zeichnung helfen. Wir zeichnen den Zahlenstrahl. Irgendwo ganz links liegt minus unendlich und irgendwo ganz rechts liegt plus unendlich. Und wir sollen hier alle Zahlen x einzeichnen, die streng kleiner sind als 3 halbe. Also sehen wir zuerst einen Platz für 3 halbe vor. Den Punkt, der 3 halbe darstellt, den habe ich sofort rot eingezeichnet. Denn x darf nicht gleich 3 halbe sein. x muss streng kleiner sein. Das heißt, x muss sich links von 3 halbe befinden. In diesem grünen Bereich. Und es ist genau dieser grüne Bereich, der uns ermöglicht, die Lösungsmenge hinzuschreiben. Wir lesen in dieser Zeichnung von links nach rechts. Das ist so angedeutet durch den Orientierungspfeil. Und von links nach rechts beginnen wir bei minus unendlich. Minus unendlich ist ausgeschlossen. Wir können keine Unendlichkeit einschließen, da wir sie nie erreichen können. Es geht also von minus unendlich ausgeschlossen bis 3 halbe ausgeschlossen. Die Lösungsmenge ist also dieses Intervall. Ein zweites Beispiel, diese Ungleichung. Zuerst einmal setzen wir alles auf den gemeinsamen Nenner 6 und multiplizieren dann beidseitig mit 6. Andere sagen, ich multipliziere sofort den linken Teil der Ungleichung mit 6 und auch den rechten mit 6, wo 6 der gemeinsame Nenner ist. Vorsicht! Wir multiplizieren beide Seiten dieser Ungleichung mit 6. 6 ist eine positive Zahl, also bleibt dieses Symbol der Ungleichung. Auf jeden Fall führt das zu dieser Ungleichung. Jetzt setzen wir noch alle x-Therme nach links und die anderen nach rechts. Und jetzt brauchen wir nur noch durch minus 7 zu teilen. Da minus 7 aber negativ ist und teilt, ist dieses Symbol der Ungleichung umzudrehen. Die Zahl x muss also größer gleich minus 1 sein, um diese Ungleichung hier zu erfüllen. Um die Lösungsmenge hinzuschreiben, darf man wieder eine Zeichnung des Zahlenstrahls machen. Nochmal, irgendwo ganz links ist minus unendlich, irgendwo ganz rechts ist plus unendlich. Und wir sollen hier alle Zahlen x einzeichnen, die größer oder gleich minus 1 sind. Also zeichnen wir irgendwo die Zahl minus 1 in grün, denn x darf ja auch gleich minus 1 sein. Also die Zahl minus 1 wird grün dargestellt. Und alle Werte für x, die größer als minus 1 sind, die liegen auf dem Zahlenstrahl rechts von minus 1. Jetzt lesen wir die grüne Lösungsmenge von links nach rechts ab. Beginnen wir also ganz links. Da sind noch keine Lösungen, noch immer keine, noch immer keine. Bei minus 1 geht es los, und zwar minus 1 eingeschlossen. Und dann geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter nach rechts bis plus unendlich. Plus unendlich wird ausgeschlossen, da wir die Unendlichkeit nie erreichen können. Deshalb können wir sie auch nicht einschließen. Die Lösungsmenge dieser Ungleichung ist also das Intervall von minus 1 eingeschlossen bis plus unendlich ausgeschlossen.